servus und hallo bei not another dope show heute erzähle ich euch ja mal ein bisschen was über das schloss pichl der abläufe da wie das war also ich habe es ja schon mal in einer anderen geschichte erzählt dass ich von der jva bernau über die jva eichach verschubt worden bin dort gab es eine drogenberatung und die drogenberatung eine frau die hat mich dann nach pichl gefahren im pichl angekommen musste ich erst einmal meine sachen auf dem parkplatz liegen lassen mit gleich sturm mit reinkommen und kontrolle abgeben das war das erste mal dass ich das nein stimmt nicht im friedwerk musste das auch machen urinkontrolle genau er auf alle fälle war es halt dann so dass der meinte ja ist in ordnung der wert ist so gering dass davon ausgehen dass ich schon länger nichts mehr konsumiert habe und dann kam ein ein paar bewohner die kannte ich aus einer perlach zufällig das war jüngere generation als wie die 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 ich war ja die haben meine sachen dann gefilzt und dann habe ich ein wunderschönes zimmer in dem schloss bekommen mit noch zwei andere leute da hat es nicht lange gedauert dann kam der helmut nach der war auch in bernau den habe ich da kennengelernt nicht mein cousin nicht der helmut sondern ein anderer mit dem zusammen habe ich dann über kurz oder langer zimmer gehabt das hat nicht lange gedauert in schloss pichl gab es eine telefonzelle wo man raus telefonieren konnte und angerufen werden konnte man hat sich auch anrufen lassen können war natürlich praktisch weil meine partnerin die ich zu dem zeitpunkt in spä hatte also die heutige partnerin hatte ich da noch in spä und ich habe sie hat angerufen mit 20 cent nein pfennig noch 20 pfennig und sie hat halt dann zurückgerufen und dann haben wir halt stundenlang da quatschen können es war schon cool irgendwie ja im schloss pichl das liegt auf seiner kleinen insel als außenrum ist so ein burggraben da ist total schön und dahinter ist ein kleiner wald das gehört auch zu dem grundstück dazu und ja man durfte ab da an den normalen abläufe hatten die durften da eigentlich erst ab dem dritten monat oder so drüber aber die kriegen wurden ja alle kurz bevor ich gekommen bin über bord geworfen es gab keine regeln mehr weil alle wollten nach friedberg weil die ja keine regeln hatten da haben die gesagt okay machen wir auch keine regeln mehr die die harten regeln die bei day top waren hier die will keiner weißt du ja jetzt war das halt schon interessant was da jetzt passieren wird erst mal habe ich verkürzt weil ich ja schon so viel erfahrung mit therapien habe und da gab es dann auch kleingruppen überall halt und einzelgespräche mit therapeuten und ich habe mich mehr auf diese einzelgespräche konzentriert weil die gruppen dinge ja waren für mich halt nicht mehr ganz so das haben es mal amma dann auch so besprochen dass diese gruppen nummern ich nicht mitmach dass ich verkürzen dafür doppelte einzelgespräche krieg und das war dann auch so habe ich bekommen meine partnerin habe ich dann auch dort besucht und da haben wir das dann auch mehr oder weniger besiegelt da war für mich dann auch klar dass ich nach berlin ziehe ab dem zeitpunkt war es 100 prozentig klar was waren wir noch so interessant oder erwähnt ja ja das ist auch sehr erwähnenswert das habe ich noch nie erzählt wenn man im gefängnis jetzt hast du nur grau 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 wenn das in so beige gelb grau und draußen der boden die wiesen sind meistens braun ja schlecht gepflegter rasen die wände sind außen auch grau und dann hast womöglich auch noch mehr wand oder oder gitter und zeug dass man halt man sieht nicht viel ist alles so wenig einladend und als ich dann da in pichel angekommen bin das immer einkaufen fahren süßigkeiten tabak und so zeug und dann fahren wir mit dem hivi dem sozialarbeiter hin und ich gehe in den schreiberanlagen rein oder was das war er hat mich das richtig erschlagen überall die farben und die reize und die eindrücke das war so krass das kann man sich ja gar nicht vorstellen wenn man die ganze zeit das hat diese reizüberflutung dann merkt man das gar nicht wenn man sich aber zeitlang da raus nimmt halbes jahr oder so oder ja dann ist das extrem wie man das dann plötzlich wieder wahrnimmt und es ist richtig heftig also die ganzen kleinen bildchen und alles farbig und rot ist sehr dominant muss ich feststellen ja das wollte ja dann noch mal los werden und den umstand dass wenn man auf therapie ist muss man ja vorher noch zum zahnarzt gehen und die zähne saniert sein und das muss man sich bescheinigen lassen und so eine sachen sind schon ein bisschen erniedrigend finde ich ja es muss sein weil du ja wenn du auf therapie bist solltest du ja auch keine spritzen kriegen obwohl ich so eine zahnarzt spritze ist halt in meinen augen schon ganz was anderes als wie so ein baller knaller aber es kann natürlich schon den ein oder anderen irgendwie wenn das sieht kann ich schon verstehen ja das war's dann für heute leute ist ein bis zum zahnarzt